Steffi Graf – Dramatische Veränderung Oje, diese Veränderung wird für das Tennistraumpaar Steffi Graf und André Agassi definitiv nicht leicht werden. Momentan genießen die beiden noch das traute Familienleben mit ihren Kindern Yadengil Agassi und Yadzelle Agassi. Doch wie André nun verrät, muss sich die Familie schon bald für eine dramatische Veränderung wappnen. Steffi Graf und André Agassi – bald wird alles anders. Dass die Kinder irgendwann mal das Haus verlassen, ist klar. Allerdings gibt es dabei wohl auch kaum einen Elternteil, welches diesem Schritt mit Freude entgegenblickt. So auch bei Steffi und André. Wie André nun verrät, denken die beiden schon jetzt über diese dramatische Veränderung nach. So berichtet André im Saat.1 Frühstücksfernsehen, das ist unser Leben, das ist alles. In einigen Jahren werden unsere Kinder flügge sein. Dann beginnt ein anderer Lebensabschnitt für uns. Aber ich sehe dieser Veränderung gelassen entgegen, denn ich habe mit Steffi die perfekte Partnerin an meiner Seite. Sie ist in meinem Leben der Fels in der Brandung, und jede Herausforderung bewältigen wir zusammen. Aber zunächst werden wir die kommenden Jahre gemeinsam genießen. Ehrliche Worte, die tief in die Emotionen der Eltern blicken lassen. Doch zum Glück können sich die beiden immer aufeinander verlassen. Steffi Graf und André Agassi, sie halten zusammen. Obwohl sich das Leben von Steffi Graf und André Agassi durch einen Auszug ihrer Kinder definitiv ändern wird, halten die beiden nach wie vor zusammen. Ihre Liebe scheint nach all den Jahren immer noch so frisch zu sein, wie am ersten Tag ihrer Begegnung. So fügt André hinzu, sie ist meine Traumfrau. Je mehr du sie kennst, desto mehr liebst du sie, respektierst sie. Es wird immer besser. Mehr Liebe geht absolut nicht. So fügt André Gäste So fügt André Gäste